Was ist Ihr Erfolg? Was ist Ihr Erfolg? Und wie viel? Das beruht auf drei Säulen, den drei Säulen des Erfolgs. Mit diesem Ratgebersystem, das Sie nirgendwo anders erhalten als hier, werden Sie jede Herausforderung mit Bravour meistern können. Jeder, der auf dieser Welt Erfolg hat oder hatte, egal zu welcher Epoche, hat sich ganz bestimmter Strategien und Mechanismen bedient, um an seine Ziele zu gelangen. Die drei Säulen des Erfolgs stellen Ihnen jede einzelne dieser Methoden vor. Leicht verständlich und mitreißend verfasst, werden Ihnen diese Lektionen den Schub zu mehr Erfolg verleihen. Sie wollen nach den Sternen greifen? Sie werden sie erreichen, dank dieser Erfolgsmethoden. Lassen Sie sich diese fantastischen Chancen nicht mehr entgehen. Werden Sie zu einer Persönlichkeit, die andere anführt und fasziniert. Dank Ihres gewaltig anwachsenden Selbstvertrauen werden Sie zu einem charismatischen Menschen, der den Ton angibt, beruflich, geschäftlich, gesellschaftlich und privat. Lösen Sie Probleme in Rekordzeit und meistern Sie jede Herausforderung im Handumdrehen. Natürlich werden auch Sie immer mal wieder in knifflige Situationen verwickelt. Aber diese Bredouille werden Sie mit Leichtigkeit überwinden und zu kreativen, überzeugenden Lösungen finden. Geben Sie in allen Bereichen die Richtung vor. Ob Sie in Beruf oder Geschäft mehr Erfolg haben wollen, Triumphe im gesellschaftlichen Bereich feiern möchten oder finanziell ganz oben stehen wollen. Die drei Säulen des Erfolgs bringen Sie dahin, wo Sie schon immer hinwollen. Dieser Ratgeber von besonderem Gewicht wird Ihnen Mut zum Erfolg machen. Auf CD-ROM finden Sie alle im Buch beschriebenen Werkzeuge. So können Sie gleich damit anfangen, Ihren Erfolg weiter voranzutreiben. Weitere interessante Informationen finden Sie auf Amazon.de. Machen Sie es gut, bleiben Sie stark, Ihr Wolfgang Grademacher.